Sein Name Hendrik Möbus. Den Reportern liegt ein Video aus Satanistenkreisen vor, darauf zu sehen, Möbus bei gestellten Mordszenen. Die Geschichte eines angekündigten Mordes. Zwei Monate vor dem Verbrechen entsteht dieses Video der Band Absurd, gedreht am späteren Tatort. Über Nacht höre ich die Nachtgeschöpfe singen. Niemand meint, wer ich wirklich bin. Niemand hält das Bild aus. Niemand weiß, dass ich ein Leerwalt bin und das Graue nimmt seinen auf. Blut und Foto überall im Land. Keine weiße Macht kann mich bezwingen. Heute war's graue Foto kommt sich auf meiner Hand. Ihr könnt meine Blut auf mich erinnern. Ich bin in meinem Gehirn mit Menschen gleich. Bezügt an die mit Gestalt Blut. Es ist so nett, so komm in mein Reich. Deine Eingeweine schmecken sich nicht gut. Im Halle hört niemand, der dort wird schreit. Wieder ist die Kraus gezahlt vollbracht. Der tausendletzte Worte waren Gast. Stehen wir wohl unter vollem Mond scheinlich in seiner Nacht. So etwas gibt es auf den direkten Blut. Es ist so nett, dass ich mit Tausten und schreit. Da ist toll, dass ich das so nett. Es ist so nett, dass ich ihn nicht verpassen konnte. Ich bin in dem Moment. Da ist so nett, dass ich einen Daumen nachdenken. Es ist so nett, dass ich bei mir gibt.